Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Wie schon angekündigt kommt heute das 1-Jahres-YouTube-Special und vielleicht auch noch 200-Abonnenten-Special, eben halt je nachdem, ob wir das noch schaffen. Ich glaube es zwar nicht, aber wer weiß, vielleicht schaffen wir es ja noch zur Zeit, wenn wir bei 198 Abonnenten sind. Ich würde mich wirklich riesig, riesig darüber freuen. Ansonsten haben wir natürlich auch schon vieles erreicht dieses, beziehungsweise letztes Jahr. Und dieses Video soll einen kleinen Rückblick geben, was wir zusammen erreicht haben in Streams, in Videos, was wir alles so zusammen erlebt haben. Ich bin natürlich euch wirklich dankbar dafür, dass so viele mittlerweile meine Videos schauen und ihr euch darüber hoffentlich freut, wenn ich ein Video rausbringe. Wir haben viele coole Momente zusammen erlebt und ich werde jetzt mal so ein bisschen über die Statistiken rüber gehen, über den Verlauf des Jahres, was so alles passiert ist, an welchen Daten ich bestimmte Ziele auch erreicht habe. Ich würde mal sagen, wir beginnen mit einem kleinen Überblick, so was für Fortschritte wir gemacht haben, über das ganze Jahr rüber gesehen. Am Anfang des Jahres, bevor das erste Video kam, hatten wir 13 Abonnenten unter 100 Aufrufen und unter einer Stunde Wiedergabezeit. Das hat sich im Laufe des Jahres entwickelt zu 197 Abonnenten, 16.000 Aufrufen und 550 Stunden Wiedergabezeit, was wirklich eine ganz schöne Menge ist. Außerdem 4 Euro, die ich gespendet bekommen habe und fast 400 Videos, was auch eine wirklich große, große Menge ist. Ich würde mal sagen, wir beginnen jetzt mit dem Anfang von 2019. Mein erstes Video kam am 14.01. zumindest das erste Video, was auf meinem Kanal noch vorzufinden ist und womit ich auch damals zufrieden war und nicht wie die Videos, die davor kamen, die in schlechter Qualität waren, weshalb ich sie eben halt dann auch am Ende gelöscht habe. Danach kamen drei Tage in Folge Videos, das heißt am 15. und 16. kam noch ein weiteres Video. Danach habe ich erst mal einen Monat Pause gemacht aus irgendeinem Grund. Am 15.02. kam dann das nächste Video und ich glaube, wie das Video von Aufrufen her und eurem Feedback verlaufen ist, hat mir so den Push gegeben, warum ich eben halt dann wirklich erst ein bisschen durchgezogen habe mit YouTube. Und zwar hatte das Video, das ich damals hochgeladen habe, 181 Aufrufe, was eine wirkliche Menge ist. Bis davor hatte ich eben halt maximal 20 Aufrufe. Drei Tage später kam dann nochmal ein Video mit 196 Aufrufen. Und am 7.03. kam dann ein Video, das 150 Aufrufe nach zwei Tagen hatte, 600 Aufrufe nach zwei Monaten und 650 Aufrufe bis heute. Diese Videos waren auf jeden Fall wirklich super krass und ich habe mich so gefreut über euer Feedback. Und es hat mir auch einfach so am Anfang mal einen kleinen Push gegeben, dass ich irgendwie von 13 Abonnenten auf 30 Abonnenten hochpushen konnte, was wirklich sehr, sehr cool war. Danach kamen einen Monat täglich Videos. Am 18.03. kam dann ein neues, großes Format auf diesem Kanal und zwar die Shop-Videos. Sind ja bis heute immer noch durchgehend jeden Morgen aktiv. Ist eben halt hauptsächlich für meine eigenen Abonnenten und nicht für neue Zuschauer. Am Ende April haben wir dann allerdings die ersten 50 Abonnenten geknackt, was auch schon so mein erstes Ziel war. Und ich ehrlich gesagt nicht gedacht hätte, dass wir das so, so schnell schaffen können. Am 17.05. habe ich dann erstmal aufgehört mit YouTube. Eben halt da ich jetzt nur Shop-Videos gemacht habe und Shop-Videos nochmal weniger Aufrufe, Klicks bringen und Feedback bringen, habe ich eben halt dann einfach die Lust verloren und habe über den ganzen Sommer eine Pause gemacht. Natürlich war ich nicht untätig in der Sommerpause. Ich habe eine Menge Fortnite gesuchtet, nicht ein bisschen vorangepusht. Das hatte auch noch einen weiteren Grund, warum es eine Kanaländerung dann später nochmal gab. Aber als erstes habe ich mich auch um neues Design so ein bisschen gekümmert, über bessere Thumbnails, ein bisschen mich weiterentwickelt, was man da so besser machen kann, Beschreibung, Titel etc. So ein bisschen auch die Funktion von YouTube herausgefunden und habe dort eben halt viel recherchiert. Bis Mitte Juli kamen erstmal keine Videos, bis zum 11.07. Dann kam ein Video, ich denke mal zu Season X war das dann, wo ich das Video rausgebracht habe. Danach allerdings wieder eine Pause bis Ende Juli. Und dann ging es erstmal weiter mit zwei Monate tägliche Videos und auch tägliche Shop-Videos. Das heißt zwei Videos pro Tag. Manchmal gab es auch ein paar Ausnahmen, aber wirklich eigentlich fast durchgehend täglich Videos. Dann am 08.08.2019 war auch wieder ein großer Fortschritt für mich, was mir auch wieder wirklich viel Spaß gebracht hat und euer Feedback auch einfach mal wieder zu einem neuen Zenit gebracht hat. Und zwar hatten dort zwei Challenge-Videos aus Season X. Wer es vielleicht noch weiß, in Season X war es ja so, es gab wöchentliche Challenge-Pakete und dann auch die Season-Challenges, wodurch man eben halt zwei ganze Videos dafür produzieren musste. Das eine Video hat dann 44 Aufrufe und das andere 250 Aufrufe innerhalb kürzester Zeit, was eben halt wirklich extrem krass ist. Das war dann auch das erste Video wieder mit über 200 Aufrufen, was mich auch wirklich extrem gefreut hat. Dann am 25.08.2019, wo so ein bisschen der Fortnite-Hype wirklich extrem Niedrigpunkt erreicht hatte, habe ich dann Minecraft-Stream gemacht. Früher, vielleicht weiß es ja der ein oder andere, bevor ich Fortnite gezockt habe, habe ich eigentlich fast durchgehend Minecraft gesuchtet. Und in dem Stream haben wir einfach 9 Abonnenten dazu gewonnen. Das innerhalb relativ kurzer Zeit und in dem Stream haben wir damit auch die 100 Abonnenten erreicht. Am 06.09.2019 begann dann die Minecraft-Zeit aber so richtig, weil Fortnite das Turbo-Bilden entfernt hatte. Wie ich es ja schon angesprochen hatte, habe ich in den Sommerferien während der Sommerpause, Sommer-YouTube-Pause, wirklich viel Fortnite gepracticed, Building geübt und so weiter. Und dann einfach so etwas, was entfernt wurde, was eine richtig gravierende Änderung war. Hat mich dann wieder so richtig zurückgeworfen und dann war einfach so das ganze Training davor umsonst. Dann habe ich mich so ein bisschen verarscht gefühlt von Fortnite, weshalb ich dann erstmal absolut keinen Bock mehr hatte. Und deshalb habe ich dann tatsächlich zwei Wochen lang keine Fortnite gespielt. Die längste Pause außerhalb von Urlauben, seitdem ich Fortnite begonnen hatte. Zusätzlich kamen dann eben halt eigentlich nur Minecraft-Streams und Shop-Videos. Zum Beispiel im ersten Stream am 06.09. hatten wir 14 Abonnenten gewonnen und die ersten 4 Euro, die ich gespendet bekommen habe, natürlich sind 4 Euro, wenn man das mal auf die ganzen Stunden Arbeit, die ich in YouTube reingesteckt habe, berechnet. Extrem, extrem wenig. Aber einfach dieser symbolische Wert, dass man weiß, jemand gibt Geld aus, für was er eigentlich kein Geld ausgeben müsste, ist extrem, extrem schön und ist einfach, wie gesagt, so einen rein symbolischen Wert. Das Ganze ist in 4 Stunden passiert. Ursprünglich hatte ich so vor, glaube ich, von 20 bis 22 Uhr ein bisschen zu zocken, so ganz kurz. Und dann ging es eben so richtig, richtig ab und ich habe dann eben halt wirklich bis halb 1 Uhr gestreamt. Hatte ich bis dahin auch noch nicht gemacht. Und zusätzlich kamen in dem Monat, beziehungsweise in den zwei Wochen, viele weitere erfolgreiche Videos und Streams. Ein Video beispielsweise mit 150 Aufrufen und eins mit fast 400 Aufrufen. Wobei man sagen muss, dass die Videos so Tipps- und Tricks-Videos waren. Und die sind eben halt immer noch bis heute wirklich extrem gut. Und dann nach den zwei Wochen Fortnite-Pause kamen eigentlich erstmal fast nur noch Shop-Videos. Und dann haben wir tatsächlich am 1.11., in der Zeit, wo ich eben halt nur Shop-Videos gemacht habe, die 150 Abonnenten erreicht. Bis 28.11. eben halt wirklich fast nur Shop-Videos. Dann habe ich mich dazu entschieden, am 1.12. täglich ein Shop-Video und normales Video zu machen. Das heißt irgendein Video wie Gameplay-Video, Highlight-Video, Challenge-Video, Tipps und Tricks, News. All so etwas würde ich als normales Video bezeichnen. Das heißt, das habe ich dann wirklich den Dezember durchgezogen, bis ich eben halt am 20.12. in Urlaub gefahren bin. Aber selbst dann über den Urlaub habe ich noch alle zwei Tage ein Video rausgehustelt. 6 von 20 Videos hatten über 150 Aufrufe. Was ein ganz schön großer Anteil ist, weil es fast ein Drittel ist. Beispielsweise das Duo Arena-Video, das ich am 10.12. erstellt hatte, hatte bis zum 20.12. den bisherigen Rekord geknackt von 650 Aufrufen. Und hatte am 23.12. dann 1000 Aufrufe erreicht. Allerdings war es nicht das erste Video, was den Rekord geknackt hat. Denn 8 Tage später, am 18.12. habe ich noch ein weiteres Video hochgeladen, das den bisherigen Rekord schon nach 6 Stunden erreicht hatte. Das heißt, ich habe in 6 Stunden 650 Aufrufe erzielt, was eine wirklich, wirklich große Menge ist. Dann 1000 Aufrufe nach 23 Stunden, 1500 Aufrufe nach 2 Tagen und 1800 Aufrufe bis jetzt. Ist auf jeden Fall ein extrem, extrem krasses Video gewesen. Hat mir wirklich wieder richtig viel Spaß gebracht, Videos zu machen und hat mich auch wirklich extrem gefreut. Dann in 2020 habe ich erstmal eine Woche Pause gemacht. Wollte ich einfach eine kurze Pause, so ein bisschen haben, mich ein bisschen erholen. War natürlich nicht untätig. Beispielsweise habe ich 13 Folgen Transport Fever 2 aufgenommen, die ich noch lange nicht hochgeladen habe. Ich habe noch 8 Folgen irgendwie auf der Festplatte oder so, die ich natürlich dann noch alle hochladen kann. Aber ich habe eben halt sonst keine Videos geschnitten und einfach sonst ein bisschen entspannt, auch kaum Fortnite gezockt. Oder, was heißt kaum Fortnite gezockt, nur 1-2 Stunden, was für mich wenig ist. Und bis heute kommen dann eben halt wieder täglich Videos. Ich werde es auf jeden Fall versuchen für dieses Jahr durchzuziehen. Zu den Zielen, die ich für dieses Jahr habe, werden wir allerdings gleich nochmal kommen. Erstmal so als kleinen Überblick, was mir auch tatsächlich gar nicht aufgefallen ist, dass ich nur 5 Monate aktive Videos hatte. Also 5 Monate, wo ich annähernd täglich ein Video hochgeladen habe, was kein Shop-Video ist. Shop-Videos müsst ihr wirklich wissen. Die bringen kaum neue Abonnenten. Beziehungsweise, wenn man Abonnenten gewinnt, verliert man dementsprechend auch in dem gleichen Zeitraum wieder ein. Das heißt, man bleibt gleich. Man geht nicht runter, wie wenn man keine Videos macht. Aber man gewinnt eben halt auch keine wirklich neuen Zuschauer dazu. 3 Monate habe ich dann fast nur Shop-Videos gemacht. Und 4 Monate einfach gar keine Videos, wo ich dann auch nochmal Abonnenten verloren habe. Das heißt, ich habe fast 200 Abonnenten in 5 Monaten bekommen. Wenn ich die 4 Monate jetzt auch noch Shop-Videos gemacht hätte, dann wären wir eben halt locker genau bei 200 Abonnenten. Und das ist auf jeden Fall eine ganz schön krasse Zahl, weil es etwas anderes ist, als wenn man sagt, in 12 Monaten 200 Abonnenten. Wenn man das sich jetzt mal so ein bisschen hochrechnet und sagt, in 6 Monaten verdient man von mir aus 200 oder bekommt man 200 neue Abonnenten, dann hätten wir bis zum Ende des Jahres 600 Abonnenten. Natürlich kommt dazu auch noch ein Wachstum und wenn das Wachstum stark genug ist, wenn ich mal sage jetzt, wir bekommen in den ersten 6 Monaten des Jahres, keine Ahnung, 350 Abonnenten dazu. Sind wir schon bei 550 und auch mal in der zweiten Hälfte 450, was ich tatsächlich auch für relativ realistisch halte. Dann können wir auf jeden Fall die 1000 Abonnenten erreichen und das ist persönlich auch mein Wunsch für dieses Jahr. 500 Abonnenten auf jeden Fall mein Ziel. Ich werde dafür natürlich möglichst viel raushusteln. Mein Gaming-Setup ist jetzt auch soweit erstmal fertig. Ich habe zwei Bildschirme, kann vernünftig streamen, Videos machen. Ich hoffe, ihr hilft mir natürlich dabei über das ganze Jahr, verfolgt mich weiterhin, teilt natürlich weiterhin die Videos und so weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns dann natürlich in allen weiteren Videos wieder. Lass gerne auf dem Kanal ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Hälfte mir zu den 200 Abonnenten bzw. wenn wir schon die 200 Abonnenten erreicht haben, zu den 250 Abonnenten. Und bewertet, kommentiert und teilt das Video. Schaut natürlich auch außerdem gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Ein Follow dort ist kostenlos und dann verpasst ihr dort auch keine Streams mehr. Ich will dort auch versuchen, auf jeden Fall 50 Follower zu erreichen für den Twitch-Affiliate. Damit ich dort vielleicht auch den ein oder anderen Cent mal im Monat, oder den ein oder anderen Euro mal im Monat verdienen kann. Damit sich die Arbeit auch irgendwo so finanziell lohnt. Das ist allerdings noch lange hin. Mal gucken, was die Zeit bringt. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.